Willkommen, ich habe dich erwartet. Oh, niemand da um uns zu empfangen. So, Ping oder Prostata. Ich komme mir vor wie im türkischen Urlaub. Nichtsdestotrotz. Ey. Ach ist das herrlich. Ich bring das mal ins richtige Licht. So, jetzt muss ich das ja wechseln. Alter, was für ein Scheiß, Alter. Ich muss meine T-Shirts dabei anziehen. Da ist der Typ, den habe ich noch nie gesehen. Also den rechts habe ich noch nie gesehen. Heilige Scheiße. Komm hier, bling bling, Alter. Ich hoffe, ich finde das Yoda-Shirt. Und das habe ich ja. Oh, die Perlen. Die Perlen, Alter. Oh. Ist das geil oder ist das geil? Ich dachte gerade, Jobber wäre das. Alter, die Motive sind herbe. Ich kann das doch nicht mitnehmen. Also kannst du zu Hause machen. Ich will das kurz abfilmen. Du musst eh noch Kasse machen, Alter. Hey, Feierabend. Das steht doch so, Gastelari, Alter. Hey, alle raus, Leute. Wir drehen nur kurz. Nein. Ich drehe auch. Kurz einen Film. Boah, ist das geil, Alter. Ist das geil. Warte mal. Ja, 65, Alter. Das war vor dem Licken und Blasen. Tö. Oh, wie geil die sind. Und die Musik im Hintergrund. Das Search begins, Alter. Ja, meine Suche endet ja nie. Carbonin. Ich habe von ihr gehört. Ein Kumpel war bei einem. Der hat halt so ein Ding im Keller stehen. So ein Carbonin-Block, Alter. Okay, ich blätter mal hier durch. Was ist das? Leia? Braw, was das geht. Warte, kurz durchblättern. Muss mich jetzt freuen. Außerdem muss ich hier F-Snowle ertrinken. Ist doch gerade Urlaub. Boah, das habe ich ja noch nie gesehen. Da mache ich erst mal Standbild. Ist cool. Damit ich das überhaupt verfolgen kann. Oh, da hast du richtig einen Hut, Alter. Da hast du richtig einen Hut. Und man hört es auf Video. Also ist das so oder so Fakt. Oh, da ist auch ein Dienst, Alter. Genau, direkt rüber cutten, Alter. Das ist geil, ne? So. Verknickt bloß nicht die Seiten. Boah. Ey, geil. Erstmal Boba so. Und dann hier noch. Zack, Alter. Leck mich in den Arsch. Da ist immer noch das Poster. Warte. Die Seiten, die Seiten gehen schon wieder nach rechts rüber. Das Heft wurde auch sehr selten ausgeklappt. Das finde ich jetzt nur super. Aber das Poster wird auch noch mal besser. Hier, Baby. Guck mal. Ja, aber mit dem Poster. Oh, 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 oh. Hier ist eine Spielzeugwerbung. Han Solo sehe ich schon rechts. Han Solo ist hier Torture-Dingsbums, Alter. Von Empire. Hier ist der Echo TV. Du hast gefragt, wie der aussieht, ne? Okay. Warte, mach ich sofort. Das ist geil. No gain, no gain, Alter. Mach dir mal einen Helm drauf, Baby. Ich hab schon einen Helm auf und das ist kein Stormtrooper-Helm. Aber guck mal. Alter, Han Solo. Der Mann ist doch schwer. Millionen, Millionen, weißt du? Guck mal, was so eine Buddies der hat. Ey, waren die Figuren dabei? Ja, der macht mich die, was er will. Top. Schimpf, das habe ich nicht gesagt. Hab ich nichts. Alter, wenn die Figuren in dem Set waren. Ne, die gibt es einzeln, ne? Das wäre geil, wenn das als... Das ist, glaube ich, diese graue hier. Legacy mit Coin, Alter, ne? Äh, da hab ich schon mal verstanden. Da, oder hier. Lando Carissa, was steht da? Auf jeden Fall ist das cool shit. Hab ich dich geflasht. Guck mal, lass dich. Damit hast du mich heute komplett geflasht. Ja, das ist auch cool. Das ist wieder so ein Fan-Scheiß, den ich mag, Alter. So ein Fan-Fan-Scheiß. Guck mal, die Hack-Ding gemacht habe. Das kommt ja jetzt auch noch. Guck mal, die Hack-Ding gemacht habe. Ja, die kennen eben. Die gab es auch. Kleine Figur hier drauf, guck mal. Die cool. Warte, ich komme gleich dahin. Du weißt, ich muss hier, ich muss hier, ich muss hier, ich muss hier, ich muss hier archivieren. Aber hat Style. Ohne Ende. Jede Seite wird archiviert. Guck mal hier, das hier, das Rote-Teil. Boah, die Rote-Teil, da sind sie. Da sind die Dinger, Alter, mit diesem CZ, dem CZ. Ich hab den in der Mitte angemalt. Bo-Bo-Bo-Fett, aber hier, CZ, Alter. So was seemed friendly enough. Hier kommt der geflogen. Feuer, Feuer, Feuer. F-S. Ja, ich hab nur, Alter, Bo-Bo- und das Feuer, aber dann kann ich so aufs Feuer gehen. Genau, irgendein trinken. Abhaulen, ey, Bo-Bo-Radio. Ja, das war's schön. Genau, klapp nochmal zusammen. Das meinte ich halt, das Italienische halt war so, ne? Ja, das ist so richtig alles von 70ern. Super, Alter. Krieg der Sterne von dem allerersten Star Wars. Danke, dass du Krieg der Sterne gesagt hast. Krieg der Sterne. Dafür bin ich dankbar. Die Amerikanisierung. Dafür hat sich der Abend gelohnt, Mann. Guck mal, die Bo-Bo-Fett-Puppe. Jetzt hab ich auch fast auf den Typen gezeigt. Gut, dass dein Gesicht nicht drauf war. Guck mal hier, der Kopfwärtiger, ja. Mit dem Bra hier an der right Seite. Nee, das ist eine mit Stoff, so eine von diesen Barbie-Puppen wahrscheinlich. Eine geile Büsse, Alter, hier. Guck, siehst du? Hier, der weiße, schwule, Alter. Hier, grüne Ganone-Fucker. Ja, der trinkt nur Brinkos. Yoga-Frog. Yoga-Frog, ja. Yoga-Frog. Ja, Alter, das ist auch immer geil, ne? Yoda-Man, Yoda-Frog. Damit man mal kurz was über Squatches sagt, Alter. All the force. Hey, yeah, yeah, yeah. Hier, ein bisschen rot, weiß, grün. Yoda. Und es ist trotzdem ein Stormtrooper. Und hier ein General der Illuminaten. In rot. Sau, oh nein, eine Riss drin. So, der wert ist damit komplett. Und ansonsten gibt's hier auch noch Stifte zu kaufen. Guck mal, hier, die Stampe ist rausgefallen. Die haben die weiße Stampe. Ach, die ist das? Kommt so aus hier mit Marc Eco. Guck mal, er macht hier so auch Milch-Bubi. Danke für die schönen Shirts. Millionen reichen. Jetzt reicht's auch, das Atte ist auch gekriegt und Heffes. Cool, so krieg ich die Farbzacker, weißt du? Cool. Alles easy. Und demnächst wird gescratcht, Alter. And the episode geht hier wieder rein, ja? Es ist sinnlos, Widerstand zu leisten. Es gibt kein Entkommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017